Also zumindest auf dieser einen Ebene. Mist. Die Löcher, die fix, flicke ich nachher irgendwann. Die ficke ich, meinte ich natürlich. Nein, Quatsch. Äh. Und danach, mal gucken. Brauche ich mir hier irgendeine gemütliche Hütte? Gehe ein paar Steine sammeln. Wachsen eigentlich die Kaktussen? Nö, irgendwie nicht. Okay, mir egal. Dann wachsen die Kaktussen halt nicht. Ich hoffe, das reicht mit den Schaufeln. Beziehungsweise hoffe ich, dass es nicht allzu übertrieben war. Ich befürchte, dass es ein bisschen übertrieben war mit den Schaufeln, aber... Ganz ehrlich... Ich glaube, das war angebracht, so viele Schaufel zu machen. Und ich meine, selbst wenn, äh, Schaufeln kann man immer gebrauchen eigentlich. Ach, wird schon nicht so verkehrt gewesen sein. Das ist von einem scheiß Steinschaufeln. Äh, ich meine, zu Notwerflichdienst mehr, das stört eh keinen. Hier lebt ja keiner. Und dann kann er sich über Umweltverzumt oder so beklagen. Von daher... Ja, mir wären gerade eine Menge Sachen eingefallen, die ich sagen könnte, aber irgendwie alle will ich nicht sagen. Mist. Ich bin schon wieder da reingeraten. Aber egal. Das mit den Steinen... Ja, obwohl das zu produktiv eigentlich ist, weil... Ich kriege Steine dadurch, weil die muss ich auch nochmal abholzen hier. Also die Steine muss ich auf jeden Fall durch Erde ersetzen. Nein, das war falsch. So, Schaufel, bitte. Danke. Das ist ein Problem. Mein Inventar fühlt sich schneller, als es sich leert. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass ich pro Schaufel ein Stack Erde kriege, aber ich glaube, das ist mehr. Es wird schon wieder dunkel. Aber es sind auch schon die ersten Bäume gewachsen. Das ist gut. Ich war jetzt eigentlich der Hoffnung, dass die normalen Bäume wachsen würden, aber... Dann halt nicht. Ey, do you have Skype? Ähm, yes, I have got Skype. Ähm, and welcome funky CS. Das ist eigenartig irgendwie. Wenn auf einmal Leute in diesen Stream reinkommen und mich fragen, ob ich Skype habe. Und ich finde es irgendwie gruselig, dass das so irgendwie so ein Perverser ist oder so. Ich glaube, ich gebe dem meine Skype-Daten lieber nicht. Erinnert mich gerade irgendwie an Mario und Luigi Superstar-Sage. Auch der Berg wird irgendwie immer größer, blöderweise. Und die Steine werden immer mehr. Aber... Ist nur schlecht. Hab ich mehr Steine. Oder so. Ähm, und insgesamt glaube ich gerade, das mit den Schaufeln war nicht so übertrieben. Ich fühle mich schon mal ein ganzes Stück besser. Alter, es geht mit mir ab. Okay. Ich sollte ein bisschen aufpassen. Ein bisschen auf den Bildschirm gucken. Eventuell. Eventuell. Aber... Das passt schon alles. Und nächste Schaufel. So ein Rotz. So, jetzt muss ich aber auf jeden Fall erstmal kurz die Löcher hier flicken. Mist. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Hier liegt noch überall Erde rum. Da steht ein Schaf. Geh weg. Ich habe gesagt, geh weg. So. Ich habe gesagt, geh weg, Alter. Braves Schaf. Äh. Ist das Lehm? Oh, nice. Das ist ziemlich cool. Das sollte ich mal aufsammeln gehen. Jetzt muss ich nur ganz irgendwie... Alter. Ich habe sogar ein bisschen Leben gefunden. Das ist ziemlich cool. Äh. Achso. Eigentlich wollte ich hier gerade Erde flicken gehen. Und... ...nicht irgendwie nur Scheiße bauen. Was machst du da? Schaf. Geh da weg. Danke. Das Lied ist eigenartig. Ich würde das nicht hören. Aber ich glaube, letztendlich ist es gar nicht mal so übertrieben mit den Schafeln gewesen. Ich weiß, ich habe ziemlich viele Schafeln gemacht, aber das war gar nicht mal so schlecht eingeschätzt, glaube ich. Ich glaube mittlerweile eher, dass mir die Schafeln rausgehen werden. Und ich lieber ein paar Spitzhacken hätte machen sollen. Aber ich meine, die Spitzhacken kann ich auch mal später noch nachträglich machen. Das passt dann schon. Ich ziehe hier mal so eine harte Rand. Okay. Hättet das nicht mal alles voll sein können mit Sand oder so? Das wäre ziemlich cool gewesen. Wenn, äh, das sieht wirklich, jetzt mal im Ernst, das sieht wirklich abgebaut aus. Da unten liegt irgendein Gestein, dass ich wieder, ich glaube, das war Granit oder so. Da liegt halt irgendein Gestein, dass ich aus diesem Spiel nicht kenne. Alter ist mittlerweile 6 Uhr morgens. Krass. Hm. Ich muss demnächst ein paar Wecker fangen gehen. Äh, das heißt, mir klingeln irgendwann demnächst ein paar Wecker überall und irgendwo. Und ich muss die suchen gehen. Und, äh... Das geht dann ungefähr eine Stunde lang so. Eventuell. Vielleicht auch nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir da wirklich nicht so sicher. Und ich habe mir das einfacher vorgestellt, hier irgendwas abzubauen. Aber wenn ich fertig damit bin, äh... Dann verspreche ich mir irgendwas unglaublich Gutes davon. Ganz klar. Alles andere wäre Quatsch. Ich muss aber auch mal ganz ehrlich sagen... Das ist die beschissenste Minecraft-Map, die ich jemals hatte. Ich weiß nicht, wie oft ich das heute schon gesagt habe, aber, äh... Jetzt mal mehr ernst. Wie viele Stunden bin ich durch die Gegend gerannt? Ich glaube, drei. Oder vier. Wahrscheinlich sogar fünf Stunden. Alles, was ich gesehen habe, war... Okay, es war ziemlich viel Wasser dabei. Aber ansonsten war irgendwie alles ein bisschen scheiße. Oder es waren extrem viele Kühe. Ich meine, so Rindfleisch-mäßig... Ist die Map hier einfach nur der Wahnsinn. Aber... Ansonsten... Was macht ihr immer da? Geh weg. Danke. Der ist doch locker wieder irgendwo hoch... Der verarscht mich. Der scheiß Schaf, Mann. Der will mich einfach verarschen. Der Penner. Ähm... Ich baue auf dieser Ebene, okay. Wäre ich mal lieber eine höher gegangen. Hätte ich finde, egal, warum das nicht. Ich habe einfach so unglaublich viel Erde. Aber... Okay, ich habe auch schon unglaublich viel abgebaut. Naja. Das wäre alles halt. Äh... Pff. Und ich habe ein bisschen... ...Ton gefunden. Keine Ahnung, wie ich das vorhin genannt habe. Ich baue mal kurz den Stein hier ab. Zumindest das bisschen hier. Weil ich werde mit demnächst auch wieder neue Schaufeln machen müssen, leider. Ich glaube nämlich, das reicht nicht aus, was ich mir gemacht habe an Schaufeln, um den ganzen Kack hier abzuarbeiten. Warum suche ich das eigentlich? Egal. Keine Ahnung. Wer interessiert es? Oh. Die Kaktussen wachsen. Nice. Okay. Die Kaktusse wachsen nicht und die auch nicht. Du bist eine Kaktusse und du auch. Was passiert jetzt eigentlich mit denen, die ich ins Wasser gesetzt habe? Okay, die wachsen genauso gut wie die anderen auch. Das ist witzig. Irgendwie. Also, was heißt fixen? Was heißt fixen? Äh, krieg. Eventuell ja nicht irgendwann auch nochmal sprechen und... Äh. Ne? Wäre vom Vorteil. Und wieder eine Schaufel kaputt. Ja, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so übertrieben mit den Schaufeln herstellen. Ich glaube, die kriege ich echt alle noch hier durch. Und... Wo habe ich die denn her? Ah, Schaufel ist besser. Ach, ich habe wahrscheinlich irgendwo Rasen abgeschlagen oder so. Das war natürlich nicht meine Absicht. Okay, es geht wieder runter. Das Problem dabei ist... Äh... Okay. 演ierungsgeriffe ist besser. Okay, ich habe eben nicht mehr mit meinen Ausgaben geschlagen.